Guten Abend meine Damen und Herren, willkommen zu diesem kleinen Alligator-Konzert-Review. Ihr habt mich ja gebeten, dass ich euch so ein paar Takte erzähle, wie es eben war und möglicherweise eben auch noch ein paar Bilder mitbringe. Das habe ich auch gemacht, wobei die Bilder und auch die Videos jetzt nicht in optimaler Qualität sind, denn ja, die sind halt einfach nur mit dem Handy gemacht und ich habe auch natürlich nicht die Lust und Zeit gehabt, während dem Konzert da irgendwie großartig rumzustellen. Ich habe einfach nur geschwind mal kurz was geknipst oder ein kleines Stückchen aufgenommen, damit ihr seht, wie es so war. Dabei habe ich vor allem darauf geachtet, dass die Bühnenbilder schön zu erkennen sind. Direkt hier zu Anfang sieht man einen Videoclip zu I Need a Face. Da hat sich die ganze Bühne gedreht und man sieht ihn halt in der Hook dann hinten auf diesem Teil. Und bei den normalen Rap-Parts sieht man dann Battleboy Basti, wie er vorne vor so einem schwarzen Tuch steht und die Gesichter zieht. Also zu den Rap-Parts, das war echt geil. Dann ist hier ein Ausschnitt aus einem Mash-Up oder wie nennt man das denn? Er hat eben auf die Melodie von In The Ghetto, hat da so ein paar Lines gebracht, auch unter anderem eben alte Lieder. Ja, das war eigentlich ein Medley, so eine Art Medley, das er gebracht hat, das war ziemlich cool. Als nächstes ist hier noch ein etwas längerer Clip zu Wo kann man das kaufen? Da haben sie da eben so ein bisschen hin und her getalkt und dann ging es richtig ab. Das war auch sehr, sehr geil. Hier an der Stelle ging es dann langsam auf die Hook zu und da sind natürlich alle ausgerastet. Ja, es war wirklich eine geile, geile Show. Was ist das noch? Das war, ach ja, wie zu Hause war das genau. Das war noch wie zu Hause, so gegen Ende hin. War auch sehr schön, nur standen wir zu dem Zeitpunkt bei irgendwie so kleinen Mädchen, die sehr lautstark mitgegrölt haben. Ach ja, und hier eigentlich noch das Wichtigste, der Start, da habe ich Doofbacke natürlich komplett behindert gefilmt, ich weiß, sorry. Aber dazu gibt es auch gleich noch passendere Bilder. Das hier war die Vorband, die bestand aus zwei Herren. Der Name war Dazzle, Dazzle, genau, den kann ich mir auch so gut merken, denn ich dachte erst, das heißt Dackel. Also irgendwo war es gestanden, Dazzle und diese Zs. Ich habe einfach kurz Dirm, wie ich bin, Dackel gelesen, dachte noch, was für ein lustiger Name, Dackel. Und ja, die haben halt die Leute so ein bisschen aufgewärmt und vorbereitet. Da links stand dann dieses Bömmchen. Es ist eine Zeit abgelaufen, die startete irgendwie bei 23 Minuten oder sowas und ist dann einfach runtergelaufen. Über den Bomben sieht man das und am Schluss tritt er dagegen. Alles fliegt in die Luft und dann geht es halt los. Und dann fällt der gesamte Vorhang, dieser gesamte blaue, fette Vorhang, den ihr da im Hintergrund seht, dieser blau beleuchtete, fällt runter. Und dann kommt dieses Bild, also wo man einfach nur die Blume sieht und ja, mit diesen zwei Löchern oder Abdeckungen der Löcher. Und man denkt sich, oh mein Gott, wie geil, ne? Darauf hat man hingefiebert, das hat man immer und immer wieder gesehen auf dem Album oder in den Videos halt. Ja, und dann ist die Spannung natürlich extrem gestiegen. Für mich war es das dritte Mal, ihn zu sehen. Und es waren jetzt, glaube ich, seit dem letzten Konzert drei Jahre Pause zwischendrin für mich, also ihn eben live zu sehen. Und das war dann natürlich wieder was ganz Besonderes. Ja, siehe da, die Blume kann sprechen, sein Kopf kam dann halt heraus, ne, unter der Hand. Und dann hat er schon angefangen, so ein bisschen rumzurappen. Das war sehr, sehr geil. Alle haben geschrien und sind ausgerastet. Und dann verschwindet er wieder. Dann dauert es so ein paar Sekunden, ich weiß nicht, vielleicht 30 Sekunden, eine Minute. Und dann fällt auch dieser Vorhang komplett runter. Und das waren riesige, sauschwere Vorhängen. Es hat so richtig gebollert wie so eine Lawine. Ja, und dann ging es halt los. Wie gesagt, die Bilder sind jetzt hier nicht durchgängig gemacht. Ich habe immer mal wieder das Handy rausgenommen und habe halt mal ein paar Fotos gemacht. Aber habe die Show natürlich im größten Teil einfach nur genießen wollen. Dennoch habe ich für euch die Bühne immer mal wieder abfotografiert. Hier sieht man direkt den Aufbau komplett, also Hotel California. Wir sind übrigens am Anfang weiter hinten gestanden, als dann halt später. Als die Moshpits kamen, konnten wir uns vorarbeiten. Hier sieht man das gesamte Setup. Es war wirklich richtig geil aufgebaut. Diese Wand in der Mitte, die konnte sich drehen. Und da waren halt immer wieder verschiedene Kulissen aufgebaut. Aber außenrum, das praktisch jetzt im Moment blau beleuchtete, ist einfach geblieben oder so gestanden. Im nächsten Bild sieht man, dass sich die Kulisse schon bereits gedreht hat. Da rechts diese Toilettentür ist die Tür, die man vorher auch eben links gesehen hat. Das heißt, ja, da konnten sie einfach durchschreiten. Im nächsten, ja, da ging es dann schon richtig zur Sache. Es ist nach wie vor dasselbe Lied. Ich weiß gar nicht, welches das war. Da habe ich dann nochmal einfach ohne den Zoom gearbeitet und versucht, hier das Ganze nochmal zu fassen. Auch oben mit den Scheinwerfern und sowas. Es sieht sehr klein aus auf den Bildern, so kommt es mir zumindest vor. Aber es war wirklich eine wahnsinnig große, sehr geil aufgebaute Kulisse. Da habe ich hier nochmal ein schickes Bild gehabt, auch wieder mit einem neuen Background, wie er eben am Springen war. Also er geht richtig ab auch während dem Konzert. Alle, die dort waren oder die auf vorherigen Konzerten auch schon waren, die wissen das. Seine Bühnenshows sind wirklich der Wahnsinn. Dann kommt hier nochmal das, was man vorhin in Videoform gesehen hat als Bild. Also erstmal sieht man im Vordergrund Battleboy Basti, wie er eben die Gesichter macht zu I Need a Face. Und dann dreht sich das gesamte Teil um und man sieht Straligator, wie er dann an diesem, das kennen sich ja einige von euch, von diesen Magiern, die halt in der Stadt irgendwo rumsitzen und sich scheinbar nur an diesem Stab festhalten. Aber da ist halt eine Platte drin, muss ich jetzt nicht erklären. Ich habe ihn noch gefragt, was er bei I Need a Face dann macht, also dann bei der Hook, ob er hinten auch so eine Maschine hat, wo er drauf umreitet oder wie er das halt eben umsetzt. Und so fand ich es auch sehr cool. Es war zwar eine ruhige Umsetzung oder eine ruhigere, wie im Originalmusikvideo, aber so war es auch sehr, sehr geil. Dann ist hier nochmal ein Background, der war jetzt glaube ich noch gar nicht zu sehen, der Hinterhof des Hotels. Ein hässliches Ding mit Mülltonnen. Vor allem hat er dann, wenn man sich die Bilder eben einfach nochmal anschaut, ihr könnt ja nochmal vorspulen, er hat sehr auf Detail geachtet. Er ist ein sehr detailverliebter Mensch, das wissen wir aber auch von ihm. Das wissen alle, die bei vorherigen Konzerten und Artworks und so weiter eben mal ein genaueres Auge drauf geschmissen haben. Dann wird er hier in der Mülltonne rumgefahren, war auch sacklustig. Ich glaube, das war Lars Liegen, bin mir nicht ganz sicher. Es ist jetzt halt schon, ich glaube, zwei oder drei Wochen her das Konzert. Ich habe jetzt extra ein bisschen gewartet, weil ich niemanden spoilern wollte. Also falls dann doch jemand von euch noch auf das Konzert gehen möchte und ich dann jetzt auf einmal hier die ganzen Bühnenbilder und sowas zeige. Nein, ich finde, das ist natürlich auch nochmal eine Sache, die einen auch flasht. Wenn man das zum ersten Mal sieht, das ist schön, das ist cool, das ist überraschend und da wollte ich halt nicht vorgreifen. Ich glaube, jetzt sind die Konzerte rum. Ja, dann dieses Bühnenbild mit diesem Hobbyraum ist, glaube ich, das letzte gewesen. Ich weiß nicht, ob sich das nochmal verändert hat. Ich glaube nicht. Oben links und rechts, das habe ich jetzt noch gar nicht gezeigt oder gesagt. Oben links saß halt der Drummer, oben rechts der Mensch, der die Beats einspielt und so weiter. Unten rechts der Bassist und unten links die Gitarre oder war es umgekehrt? Ich glaube, der Links hat auch generell andere Sachen noch gespielt. Meine Erinnerungen schwinden schon. Hier ist Alligator auf einem Laufband gelaufen. Battle by Basti hat hinten so ein bisschen trainiert. Hier bei dem Bild mit dem Schläger hat Battle by Basti angedeutet, ihm die Beine zu zerschlagen. Na, ich breche dir die Beine, ihr wisst Bescheid. Sehr geil, er hat dann auch immer wieder, sie haben sich abgewechselt. Alligator hat, glaube ich, bei ihm auch an die Beine dann gekloppt. Anni, hier ist nochmal ein Hintergrund, den ich komplett vergessen habe. Das war dann, glaube ich, Freie Liebe. Und ich meine, war bei Freie Liebe ein Moshpit, das waren zwei Moshpits. Also bei zwei Liedern waren Moshpits am Start, natürlich bei Hass und ich glaube auch bei Freie Liebe, ich bin mir nicht sicher. Bei einem Lied, wo ich noch dachte, hä, warum, warum, äh, was ist denn jetzt los? Man sieht hier gemütliche Atmosphäre. Ja, er ist in so einem Chillzimmer, in so einem Tee trinkenden, Wasserpfeife rauchenden Wasserzimmer. Auch sehr schön mit diesem Peace-Zeichen, herrlich. Da hocken sie beide und sind am Hasseln. Ja, ich erinnere mich, es war auf jeden Fall auch Freie Liebe, denn da hat dann Battleboy Bastie Alligator Enroir befriedigt, das ist zumindest angedeutet. Zur hinteren Hälfte sind sie dann immer wieder auch zusammen sofort auf die Bühne und sind abgegangen. Und dann hat Alligator, hier ist nochmal was zu, ähm, zu, wo kann man das kaufen, ne? Und dann hat, äh, Mr. Stradigator selbst zum Instrument gegriffen. Äh, das hier habe ich jetzt schon gezeigt, dieses Bild mit dem Fernseher. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob ich das schon gezeigt habe, weil das ist eigentlich, ja doch, das sieht man am Anfang im Hintergrund. Und das ist das Hauptbild gewesen, beziehungsweise so hat das Ganze angefangen. Das hat man von Anfang an gesehen, eben dieses Hotelzimmer im Hotel California. So ganz unter dem Motto, äh, wie zu Hause und so weiter und so fort, ne? Über das gesamte Konzert hinweg hat er immer mal wieder selbst geklimpert und in die Seiten gehauen. Hier kommen dann, äh, nochmal Bilder, wo er jedem gedankt hat. Battleboy Bastie, dann unten links der Gitarrist, dann, äh, oben rechts der, ja, DJ, kann man wahrscheinlich sagen. Dann oben links, angedeutet mit einem Depp, den Drummer und dann unten rechts den Bassisten. So zusammen funktionieren sie wirklich perfekt, das ganze, ganze Ding lief glatt. Ähm, ja, da hat er nochmal gegrinst und hat er da auf sein, auf sein Instrument gezeigt oder einfach nur, ich weiß es gar nicht. Ich fand auch einfach die Hosenträger so edel. Hier vorne dann nochmal allesamt die ganze Truppe. Da sieht man dann, dass alle ziemlich fertig waren und zurecht. Also die sind abgegangen, das war wirklich cool. Richtig geiles Konzert, hat, so wie die anderen Alligator-Konzerte auch, sehr viel Spaß gemacht. Die sind allesamt am Eskalieren gewesen, die ganzen Zuschauer natürlich auch. Wir haben alle schön mitgemacht, das war ein schöner Abend. Draußen gab's dann Merch, aber das war dann, äh, es war einfach zu voll. Wir haben unsere Mäntel und so weiter abgegeben und ich hab dann noch gesagt, äh, lass uns erstmal weggehen. Also hoch in die, in die Lounge und kurz warten, weil, ja, die Hälfte der Halle, keine Ahnung, wie viele tausend Leute es waren, sind dann erstmal zu den Mänteln gegangen und dann hab ich dann gedacht, naja, komm, wir warten erstmal eine Runde und gucken vielleicht beim Merch vorbei. Aber da war dann die andere Hälfte der Halle und dann haben wir uns halt einfach in die Lounge gesetzt und so ein bisschen Chille-Mille gemacht, konnten dann ganz lässig unsere Jacken abholen. Also nach, keine Ahnung, 20, 30 Minuten war der meiste Trubel schon rum. Die haben da echt Akkordarbeit geleistet an den, ähm, an den Garderoben. Und dann haben wir kurz nach dem Merch geguckt. Also nicht, dass es nicht geil wäre, aber, ja, ich weiß auch nicht, ich bin, ne, ich möchte da ganz gemütlich so im Internet gucken, ne, und dann da, zack, ein paar Sachen bestellen. Wie gesagt, alles in allem, sehr geiles Teil, auf jeden Fall empfehlenswert. Ich weiß nicht, ob er jetzt dieses Jahr noch mehr macht, wahrscheinlich schon. Äh, guckt euch den Herren an, vor allem, wenn ihr es noch nie gemacht habt. Also ihr müsst euch Alligator wirklich live anschauen, er performt wie ein, wie ein Wahnsinniger. Ich weiß nicht, wie viele Tage Kur ihr nach so einer Tour braucht, vielleicht gar keine, wer weiß. Alles in allem wirklich ein Hammerding. Vielen Dank fürs Zusehen, meine Damen und Herren. Wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr mir sagen, dass es euch gefallen hat. Haut ordentlich rein. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Also halt bis morgen, ne. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.